Willkommen zurück bei... Ähm, wie heißt das? Ich kann das nicht aussprechen. Willkommen zurück bei Parodius. Irgendwas mit Osha, irgendwas. Äh, ja. Wir sind stehen geblieben irgendwo. Wir haben ein Schulmädchen vermöbelt, soweit ich mich entsinne. Weiter geht's. Äh, uai. Wow, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Oh, läch, ey. Morgen ist Silvester. Uah. Gucken, was das so bringen wird. Irgendwie kommt das mit ein sehr kranker Tag. Uah. Ich wollte eigentlich gestern, was heißt gestern eigentlich heute Nacht schon, einen Part machen, nachdem ich von meinen Leuten wieder da war. Aber das ganze Whisky-Cola hat irgendwie nicht so viel Gute empfunden, dass ich doch ein Let's Play mache. Irgendwie war ich da nicht mehr in der Lage. Entschuldigung. Und deswegen mache ich das jetzt am nächsten Tag. Mit leichten Kopfschmerzen. Ja, so habe ich mich gestern auch gefühlt. Ich habe auch lauter Sterne gesehen. Ah, so kann ich den nicht erschießen. Bist du stoppt das schon wieder so lame? Ha, aber ich habe gelernt. Ich habe es geil zugemacht. Was haben wir denn da? Gottchen. Murate. Äh. Oh, jawohl. Fetter Oktopus. Mein Gott, Moderator, halt's Maul. Was bist denn du? Ich habe eine Ananas. Wölkchen. Ist das Lakitu? Da war eine Banane. Ich vermöbel Obst. Was ist das? Ich komme mir mit dem Kampfer, das Ding. Uh. Dieser kleinen Pinguine. Eine Traube. Hey, das habe ich gerade in der Shisha-Trick. Brave. Einen. Ai, 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 ai. Das leckt gerade ziemlich. Dafür entschuldige ich mich jetzt mal. Nebenbei ein bisschen. Kann ich eigentlich in die Wolken fliegen? Ja. Ähh. Uh. Ach, das ist... Das erinnert mich ein bisschen an Megaman. Also, nicht den Pinguine, sondern eher das Level-Design. Was zum Teufel machen die da? Wow! Oh mein Gott. Mie! Dislike! Ey, du scheiß dummer Pinguin! Nix! Nix! Keine Kekse für euch. Was zum... Oh Gott! Wie, äh, sexy? Mir geht gleich einer ab. Oh ja. Gib's mir, du Sau. Mein Gott, oh Gott. Mich beschäftigt grad echt, wie dieses Spiel jetzt nochmal heißt. Irgendwas mit je am Anfang. Shit. Parodius. Ich bleib' jetzt einfach mal da, ey. Ich muss nur einmal schießen, denn das geht über den ganzen Bildschirm. Ah, Zeit für Shisha-Schlauch. Ist wieder so ein komisches Vieh. Aber die gibt einen Glocken, und das find ich schön. Fettes Vieh. Geil! Ich bin schon ein komisches Volk. Die! 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 Leiblicher Figurin! Boom! Ach, ich bin jetzt hier! Jaa... Was ist denn? Was ist denn? Das sieht so schön aus, ich hab zwar keine Ahnung was das denn ist, aber... Aaaaah! Schulmädchen! Diee! Sailor Moon. Sonst von den Haaren her... Ist das so... so was wie meine... Ist das so was in Anführungszeichen wie die Babbe? Was kommt denn jetzt? Star Fox? Oh! Ja, das ist sowas wie die Bubble. Meta-Nights-Schiff wäre mir Liebe. Das ist doch etwas, äh, strange. Ah, das ist ja mal umweltfreundlich betrieben, muss ich sagen. Schock mich! Was bist denn du? Ah, Zwischenboss, was? Was war denn das jetzt? Die, please. Fück! Das Viech ist nicht sonderlich nett zu mir. Man kann doch über alles reden. Immer diese Gewalt. Und diese nervigen Projektile. Na gut, ich brauch grad was sagen. Huch, hu, hu, hu. Meine Schüssel ist gleich kaputt. Mein Gott! Würdest du mal bitte krepieren? Höh, äh, äh. Vielen Dank. Vielen Dank. Latsch! Das ist mir schon lieber die Musik. Das ist schon herrlich durchgeknallt. Same. Was? Oh mein Gott. Also... ...dwei? Hallo? Hallo? Wie soll ich denn da noch richtig spielen? Also das erinnert mich schon wirklich eher an die Frau oder an Corey. Oh mein Gott. Das ist ja mal Doppel-D, mal ganz anders. Hör dir mal auf mit... Ey, dieser Bubi-Bounce macht mich irgendwie kirre. Du schießt mit Lippenstiften. Doppel-D, aber irgendwie ist die einfach. Die macht ja nichts anderes, außer mit ihren Tippen wackeln. Und mit Lippenstiften schießen. Was unglaublich schwer zum Ausweichen ist. Deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen... Bitte stirb. Bitte stirb. Oh, 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 oh. Ips. Nie. Ich habe mir einfach den Lippenstift verfolgt. Mein Gott. Danke. Jetzt sprengst wahrscheinlich den BH weg. Oh, tatsächlich. Tschüss. Ich habe einen Kochtopf vor der Schnauze. Ja, von hinten auch noch. Von hinten. Volltrefferei gestochen. Nein, niemals. Ich werde euch so töten. Klappt sogar. Hüste. Ja, genau. So, 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 so. So, machen, so, machen, so, machen, so, machen, so, machen. Glück! Was zum Teufel? War das Sonic? Schaut zumindest nach einem Eagle aus. Also, dieser Kochtopf ist gerade sehr praktisch. Ein Waschbär. In einer Teekanne. Oh Gott, wie ist der süß. Wow, ja. Wow. Volltreffer. Kann ich euch umhauen? Scheinbar nicht. Ihr seid nur Touristen. Nein, der ist nicht. Du bist ja. Was ist denn? Ja, der ist nicht. Werte auch, du Purs. Die! Was ist denn das? Hä? Ninja-Pinguine? Nein, das ist nicht. Der Kochtopf ist unglaublich praktisch. Der kommt einfach. Huch. Wurfsterne. Wie fies. Sind das Kirschblüten? Das ist auch das einzige Wort auf Japanisch, was ich kann. Kirschblüte heißt Sakura. Soweit ich weiß. Äh. Die Umwelt spielt verrückt, was? Wow. Ich möchte eine andere Farbe. Nein, jetzt habe ich meine Schüssel verloren. Was soll's. Harte Sau, wie ich bin. Und Verlust. Geil, wie ich bin. Ich mach trotzdem weiter. So, wir sind dann am Dojo. Irgendwie beunruhigt mich das. Und irgendwie hab ich da wahnsinnig Fresse gekriegt. So, da fliegen schöne Tierchen raus. Ist in Ordnung. Es wird in Ordnung. Wir sind in Ordnung. Es wird in Ordnung. Ah, Speedup. Oh nein. Ah, Gott. Komm. Komm, 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 komm. Ich speichere jetzt mal hier ein bisschen öfter. Ja, Speed da, aber es ist zu teufel. Mahlzeit. Aufzug! Ah, Gott, ich bin schon wieder viel zu schnell. Obwohl, das geht noch. Das langsicht wie bei Gokuyopa Rodius ist. Wo ich am Ende viel zu schnell war. Ja! Komm weg! Ah! Das ist jetzt alles andere als appetitlich. Okay, da ist eins, da ist eins. Mann, oh Mann. Äh. Ja. Was? Eine einzige Kugel. Und was macht Domi? Er fliegt volle Möhre rein. Nein! Zwei Kugeln. Mit einem riesigen Ausweichpotenzial. Ah! Nein! Ich will nicht. Ah! Ja. Ja. Schön. Könnt ihr die Kugel mal, äh, eine andere Farbe annehmen, bitte? Äh, die Kugel. Ja, genau. Ich glaube, das war fett werden, oder? Nein. Scheiße. Was haben wir denn da? Äh. Es regnet Pinguine? Was soll ich denn da durch? So, schießen wir einfach mal alle. So. Ich habe zwar keine Tailgun, aber ich glaube nicht, dass sie mir was machen. Außer die da unten. Fück! Oha, Rolltreffer. Ha ha! Der dafür am Leben bleibt. So nett bin ich mal. So, was haben wir hier denn schönes? Okay. Den Tod. Den ich gerne verzichten könnte. Ah, dann muss ich mich wieder durchschießen, wie damals mit den Keksen. Ah, I see. Was ist das diesmal Brot? Schaut zumindest so aus. Das sind Kekse. Riesige Kekse. Dieser Pinguin-Samurai da hinten ist lustig. Oder Ninja. Je nachdem. Ich errette dich! Mampf, 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 mampf. Noch nicht viel. Oh, nein, praktisch. So, was haben wir denn hier? Äh. Wow! Der hat interessante Haare. Bäh, bäh, bäh. Also, wenn man mal von diesen kreisenden Dingern weg, äh, absieht, könnte es ich sein. Ich habe zwar keine roten Haare. Ja, eher der. Bisschen blonder. Bäh, bäh, bäh. Ja, das könnte echt ich sein. Komm mal her, du Scheißfee. Ich will dich hier retten. Ja! Huh! Die Folgen hören, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Was für ein Boss ist er? Würfel. Oh, nee, komm. Yay. Yay. Da war eine Fee drin, oder? Nein, die kommt einfach. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mich durch die Würfel schiebe. Ich muss mich so oder so durch die Würfel schießen. Ich sollte auch schauen, was ich mache. Ey, was? Ich bleib unten. Da gehen die Dinger wenigstens kaputt. Das ist schon wieder so eine Szene, die ich nicht mag. Ich hasse was. Ich möchte bitte einmal groß werden und nicht in den Würfel fliegen. Ich möchte nicht in den Würfel schießen. Das war also gut. So. Victory. Schuss. Ah, Schlauch. Hierbleiben. So. Das könnte jetzt ein Boss werden. Hört sich zumindest sehr danach an. Hey! Geh mich auf den Weg! Nicht in der Nähe! Nicht in der Nähe! Ziemlich einfach bisher. Ja, klapp runter. So, was kommt denn jetzt? Ah, der ist zu wissen. Uiuiui, das könnte böse sein. Uh, das war knapp. Ich darf die nicht abschießen. Aber dann kann ich nicht auf Goemon schießen, wenn ich das nicht mache. Ja, mach mal kurz deinen Kreisel. Mach einmal zu. Wow. Ich sehe kaum, dass ich da dann wahrscheinlich mal krepieren werde. Es sei denn, er krepiert vorher, was ich begrüßen würde. Ein wirklich spannender Boss ist der jetzt nicht. Damn it. Jetzt ist von einer dummen Bombe gestorben. Uh, uh. Na komm. Uh, jetzt wird's aber schnell hier. Oh mein Gott. Uh, 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 uh. So. Wa. Äh. Egal. 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 Einfach nur egal. Hält mir aber wirklich viel zu viel aus. Weil das das Ansicht ziemlich simpel ist. Die Bombe ging mal voll in die Fresse. Tschüss. Was immer da auch steht. Aber juhu. So, und das war's auch mit Parodius. Und falls wir keine Videos mehr hochladen vor Neujahr, was eigentlich schon übermorgen ist, noch schon mal ein frohes Neues. Das wünsche ich jetzt einfach mal so quer rausgeschrien. Also dann Leute. Bis bald. Tschüss.